Nach dem peinlichen Pokal aus beim Drittligisten SC Paderborn kam die Revierelf am Montagabend gegen den souveränen Tabellenführer immerhin zu einem 0 zu 0. Rasijewski bleibt erstmal VfL-Trainer. Zuvor hatten die obersten Vereinsgremien dem Coach zunächst bis zur Winterpause das Vertrauen ausgesprochen. Die Rheinländer bleiben mit 29 Punkten Spitzenreiter und konnten den Vorsprung auf Rang 3 sogar auf 7 Punkte ausbauen. 27.599 Zuschauer im Ruhrstadion sahen eine abwechslungsreiche und teilweise hitzige Party mit Vorteilen für die Gäste.